Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Warzone 2100. Wir hatten jetzt eine Mission, wie ihr sehen könnt, wo wir massig Gebäude verloren haben, weil Nexus als Computer-Virus einfach immer diverse Gebäude und auch Einheiten übernommen hat und uns schön kaputt gemacht hat. Und wir haben jetzt erforscht, dass wir resistent gegen seine Angriffe sind oder beziehungsweise gegen diese Übernahmen. Dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Nach intensiver Suche und Neuprogrammierung sind alle meine Systeme endlich wieder online. Einst habe ich die Welt mit Atomraketen zerstört, um den Weg für meine kybernetische Zukunft zu bahnen. Nun beabsichtige ich, die Welt weiter nach meinem Abbild zu formen, indem ich unerwünschte Auswürze wie sie chirurgisch entferne. Meine Lasersatelliten laufen gerade warm. Ich werde sie als erstes an Ihnen testen, Commander. Da freut sich wieder einer. Nexus verlässt das System. Eingehende Übertragung. Commander, wir versuchen zur Basis zurückzukehren. Dies ist unsere derzeitige Position. Übernehmen Sie das, Commander, über unsere Streitkräfte und führen Sie uns an. Steuern erfolgreich übertragen. Betrete neue Zone. Eintreffende Übertragung. Commander, wir haben uns kontaktiert. Sie haben die Annäherung des Außentiers der Basis-Teams an ihre Basis beobachtet. Sie behaupten nicht von Nexus infiziert zu sein. Sie bieten ihre Basis als Ausgangspunkt für Operationen in dieser Zone an. Die Koordinaten der Basis werden übertragen. Missionsteam... So, dann speichern wir erstmal. Der speichert zwischen den Missionen ja nicht. Dann gucken wir doch mal. Okay, da sollen wir hinfahren. Ach ja. Da ist was erkundet. Ah ja, hier ist unsere Basis. Da wird jetzt drauf geschossen. Ah, jetzt haben wir hier die komplette Karte. Okay, sehr gut. Da fehlt uns irgendwie auch die Leerung. Warte mal, kannst du da nicht helfen? Gebäude wird angegriffen. Gebäude wird angegriffen. Ach, das war klar. Einheit wird angegriffen. Wo willst du hin? Ah, der will irgendwo reparieren fahren, ne? Einheit wird angegriffen. Funktion abgeschlossen. So, ihr fahrt aber bitte hier hin, alle. Gebäude wird angegriffen. Du darfst mit reparieren. Gebäude wird angegriffen. Okay, das ist hier echt nicht zu sehen. Das muss hier ein Turm sein, der mitten hier steht. Was jetzt cool wäre, ist, wenn ich irgendwie Feuer erzwingen könnte oder so, aber es geht nicht. Aber ja, wir haben doch... diese Jungen ist hier. Achso, Moment mal. Wir nehmen die einfach mal so, wie sie sind. Und dann gucken wir uns die Sache doch hier mal an. Ah, wo kommen sie? Ja, genau. Okay, ich würde sagen... Das war doch ganz gut. So, jetzt ist die Frage... Ja, wir lassen hier einen Weg offen, ne? Dass, äh, unsere Einheiten hier durchkommen können. So, hier ist zu alles. Ähm... Dann machen wir mal hier dieses. Ähm... So. Was haben wir eigentlich an Forschung? Nichts. Schade. Das sind doch unsere... guten Einheiten hier, oder nicht? Hier muss doch irgendwo unser guter Commander dabei sein. Oder etwa nicht. Konstruktion abgeschlossen. Ähm... Der da. Ja, guter Commander. Sehr schön. So, dann kommt ihr mal hier, recyceln. Boah, so viele Raketen, ne? Das sind Kaupschaden. Ja, kommt mal weiter rein, hier. Oh, Wahnsinn. Die sind nicht stabil, ey. So, wir müssen hier mal eben irgendwie was reparieren. Ähm... So. Ach, ich höre da was, das mir nicht gefällt. Ja. Was ist denn hier mit Angriffen? Sind nicht erfolgt. Wahrscheinlich, weil nicht in Radar-Reichweite war? Machen wir mal den da weg. Hallo? Wo wollen die denn hin? Also, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass hier mehr Artillerie runterkommt. Achso, die wollen hier hin. Ja, schade. War ein Stück weit absehbar, muss man ja sagen. So, Leute, was ist hier los? Ah... Oh. Ja! Ich wollte gerade sagen, ihr müsst doch da mal treffen, Leute. So, dann macht doch da mal Platz. Haben wir noch was zum Bauen hier? Achso, der repariert da. Was ich schon gerne hätte, ist hier irgendwie ein Radar. Ich höre irgendwas laufen. Ist das meine? Ach hier. Oh, halten die eine Menge aus, ne? Wahnsinn. Okay, den Baum haben wir noch mal. Aber da brennt, ne? Oh. Soll ich mir erst mal Platz machen irgendwie? Konstruktion abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen So jetzt aber Ja genau, perfekt Ja, perfekt Wobei, eigentlich kann man die abbauen hier. Ich will gar nicht, dass sie hierher geflogen kommen. Wie wir sehen, hat das nur Probleme gemacht. So, haben wir denn noch welche? Wo haben wir denn hier noch was? Wir können ja mal so ein paar Bunker-Brecher machen. Achso, Moment mal. Wo? Das sind zwei. Mal die Zahnar, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. gar keinen schaden so ist denn hier so na irgendwie ein bisschen verteidigung reinziehen irgendwie alles sehr unschön flieger ach so moment mal hier mal gucken was die rümpfe sagen die anderen das ist ja ein schwerer der hier ja der hat von allem weniger wäre jetzt meine idee eigentlich die dann nicht zu bauen sondern jetzt wäre es so wie cool so eine tasten kombi zu haben mit allen senkrecht starten die gibt es bestimmt aber die weiß ich jetzt nicht ach so mal die könnten wir ja mit holen oder fahr mal die mal da unten hin genauso wie die wovon wo ist denn hier eigentlich der sammelpunkt der steht da drauf ihr habt so viel platz leute nur ein bisschen platz machen produktion abgeschlossen so jetzt machen wir hier gut der hat mich getroffen das ist fantastisch wir haben auch ein radar irgendwo ne mit dem hier zugewiesen an commander da und dann ans radar 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 im sensor modus ok zugewiesen an commander zugewiesen an commander müsste aber halt mal voll sein 17 von 22 ne hat noch luft so der muss noch damit ran produktion abgeschlossen zugewiesen an commander komm komm ko komm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, hier ist das Ding her, ne? Perfekt. Das ist die Counter-Artillerie gewesen, ha? Weil der das gecheckt hat, das wäre was. Ähm, ja, ihr könnt nochmal zum Commander hinzugefügt werden, so. Dann müsste der jetzt auch voll sein, ha? Was schießt denn hier schon wieder? Ja, Hauptsache, das wird auch mal abgeschossen hier. Ähm, das heißt, wir brauchen das mal hier. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So, wo ist denn ihr Radar? Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Boah, ein Gutschein. Ist echt kaputt gegangen, ne? So, dann haben wir doch hier schon mal die nächsten Sachen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ihr dürft gerne schießen, Leute. Oh, der baut die auf und dann sind sie kaputt. Das heißt, sie kriegen Gegenfeuer. Aber die Hoffnung ist ja, dass die Sachen hier auch kaputt gemacht werden. Boah, ist ja richtig stark, ne? Boah, was ist das denn? Wir haben da schon wieder Tango-Tanzen hier. Mein. Ach, das sind die Flieger, oder? Einheit wird angegriffen. Arbeitet im Sensor-Modus. Einheit wird angegriffen. Zugewiesen am Romator. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So, warte mal. Ähm. Die neue Knarre, die wir gekriegt haben, da wofür ist die denn gut? Ah, hier. Ist anscheinend eine eigenständige Waffe? Was ist denn... Was ist denn... Ah, ähm. Die Kanonen sind weg, ne? Das Sturmgewehr hat er noch. Na gut, wir nehmen den mal. Ähm. Brauchen wir den mal. Konstruktion abgeschlossen. So, und wir nehmen euch mal. Einheit wird angegriffen. Steuerung 2. Um mal hier irgendwie für Krawall zu sorgen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Gebäude wird angegriffen. Einheit 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 wird angegriffen. Achso, die müssen erstmal noch nachladen. Ah, die werden wir mal verlieren. Wo wollen die eigentlich hinfahren? Einheit wird angegriffen. Achso, die haben hier Angriff noch. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Artefakt entdeckt. Einheit wird angegriffen. Dann haben wir das schonmal weg. Einheit wird angegriffen. Genau, und du wirst mal hier jetzt eine Reparaturstation bauen. Naja, siehste, dann lohnt sich das ja hier vielleicht auch nochmal so ein paar Dinger hinzubauen. Produktion abgeschlossen. So, wie sieht das hier aus jetzt? Ach, hier ist mal richtig was kaputt gegangen. Achso, das war Heapshake hier, oder? Achso, das war Heapshake hier, oder? Das ist auch weg. Wie sieht man aus. Einheit wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Es kommen ja andauernd diese Fußtropen an. Sehr schön. Gruppe 2, meldet! So, die sind alle fertig. Sieht ja beide so aus. Ich muss hier mal ein bisschen mithelfen mit dem... So. Ja, bleibt hier mal stehen. Ihr könnt mal Probehalber mitkommen. Produktion abgeschlossen. Ähm... Konstruktion abgeschlossen. Hier war so, hier waren noch irgendwo... Flachs. Mal gucken. So, machen wir erstmal den da weg dann. Zumindest ist hier eine Basis. Ach, die Flachs sind wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt, wa? Moment. Konstruktion abgeschlossen. Ah, okay. Dann zeig ich doch mal, was hier noch ist. Grundlagenforschung abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Da. Einheit wird angegriffen. Produktion abge... Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Ich bin un-good. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Das gibt es doch nicht. Na gut von mir aus. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. also wirklich was hier rumsteht muss eine reichweite haben okay das geht gerade so weit erstmal ganz gut wahnsinn also wir wollen diese sachen kaputt haben sehr schön so das heißt eigentlich es gibt keine neuen einheiten sofern die nicht irgendwo ein baufahrzeug haben so dann bau du doch hinten noch mal was neues auf wir stellen es mal da hin so was ist denn hier mit euch ihr müsst doch zum radar das ist dann haben wir hier infanterie die nehmen wir auch mal irgendwie als scout ihr seid irgendwo zugewiesen perfekt ordentlich ist doch nicht dein ernst du müsst doch da jetzt vorbeikommen ziel vorhersage computer okay als ob die das nicht vorher schon hatten grundlagenforschung abgeschlossen jedenfalls haben wir jetzt noch mehr ähm nullquellen na und och man es geht einfach nicht die kommen nicht zurecht ist so ein bisschen wie die commanden conca k.i. bei den sammler ne einfach schnurstracks am besten irgendwo gegen fahren oder so genauso wie ihr ne ihr kommt jetzt auch nicht mehr zurecht grundlagenforschung abgeschlossen das war das ding holen und dann können wir sonst irgendwie rüber schießen wahrscheinlich konstruktion abgeschlossen grundlagenforschung abgeschlossen so schießen die flach beim fahren ja perfekt so schießen die perfekte die flach und das oft und các haut das zeug hier ein stück an ok die mauern sind jetzt nicht so wichtig sondern eher das zeug da unten die counter artillerie von dem hier vielleicht dann kommt man hier runter dann könnt ihr schon mal anfangen hier da sieht man wieder man braucht hier den cb turm einheit wird angegriffen einheit wird angegriffen und gerne sonst auch noch mal hier von welche das ist vielleicht eh sinnvoller als die batterien hier konstruktion abgeschlossen mal gucken wir mal na gut gucken wir mal hab ich gerade gewundert warum hier nicht alle einen anvisiert sind vor allem der hier aber klar der gehört zum radar ja das ist das problem so wenn wir nehmen wir den damit zu ja genau der müsste aber repariert werden wenn er so eingestellt wäre ok schnellere bewaffnung ist gut können wir brauchen das ist ein guter punkt da können wir gleich repariert werden das machen wir mit dem auch warte mal stellen wir dich mal da unten hin ja ich weiß du bist langsam konstruktion abgeschlossen arbeitet im gegenfeuermodus gebäude wird angegriffen dann nehmen wir den da ähm nehmen wir den da genau bäume weg machen ist gut nochmal spreche schussbahn also ha bäume weg k bäume weg bäume weg ein bäume weg ein ab ein leck ein schätze ist mir das vorgestellt so ich muss auch mal den weg da oben ok danke sehr schön Produktion abgeschlossen Arbeitet im Gegenfeuermodus So Dann ist er jetzt eigentlich nur noch ein Durchfahren Achso wir können ja mal Euch nehmen Und mal den ganzen Krams da wegmachen Dürfte eigentlich ja nicht mal viel schießen Zumindest sehen wir dann auch noch ein paar Infanterieeinheiten Ach hier oben stehen die Einheit wird angegriffen Einheit wird angegriffen Energieressource Einheit wird angegriffen Forschung abgeschlossen Okay dann Waren wir uns doch mal auf dem Weg hier Neue Bewaffnung ist auch immer gut Ähm Da So dann werden wir doch hier mal an die Basis reinfahren Oh ja das ist gut Einheit wird angegriffen Das ist nicht gut Warum fährst du da oben an? Einheit wird angegriffen Einheit wird angegriffen Einheit wird angegriffen Einheit wird angegriffen So Dann sammelt das mal ein bitte So Ah ja mit Einheit wird angegriffen Ah ja da ist die Sam Alles klar So Mal eben speichern Weil es zwischen den Missionen ja wieder nicht geht Das müsste es dann nämlich sein Und das war es Okay Leute Ähm War wieder eine sehr verlustreiche Mission für uns gewesen Aber das war wahrscheinlich jetzt das ganze Kartengebiet für uns Ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Haltet die One steif Lasst es euch gut gehen Und wenn ihr mich unterstützen wollt Dann wisst ihr wie es geht Nämlich Abonnieren Kommentieren Daumieren Und gerne auch Uploadieren Bis dann Tschüss Bis dann 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 Bis dann